Preist den Herrn, mächtigster Prophet des Herrn. Nun, nun, der Herr hat mit mir gesprochen. Der Herr Jehova hat mit mir gesprochen. Diese letzte Nacht. Diese letzte Nacht sprach der Herr Jehova wieder mit mir. Geliebte Leute, die von überall eingeschaltet sind. Und die Unterhaltung, die der Herr Jehova, der mächtige Gott von Israel, der Gott vom Himmel, die Unterhaltung, die er mit mir hatte, diese letzte Nacht, ist bezüglich der Ereignisse, die auf der Erde passieren werden, nachdem die Gemeinde genommen wurde. Diese letzte Nacht, der Herr Jehova, der Gott des Himmels, er hatte eine enorme Unterhaltung mit mir. Er sprach mit mir über die Ereignisse, die auf der Erde passieren werden, nachdem die Gemeinde genommen wurde. Nun, ich sah eine enorme Not, die zu der Erde kommt. Ich habe gesehen, der Herr hat mich in die Zeit gebracht. Und er brachte mich diese Nacht über diesen Bereich hinaus, diese Dispensation, in der wir sind. Und er brachte mich in die Dispensation, nachdem die Gemeinde hoch erhoben wurde, in den Himmel. Und es ist eine sehr schwierige Zeit auf der Erde. Ich sah eine sehr schwere Not, die die Erde verzehrt. Und dann zeigte mir der Herr dieses zweite Biest. Dieses zweite Biest. Und nun das zweite Biest habe ich gesehen. Der Herr nahm mich in die Zukunft. Ich habe die Zukunft gelebt. Und er zeigte mir, wie die Ereignisse sich auf der Erde entfalten werden hier. Und dann war ich in der Lage, das zweite Biest zu sehen. Welches man in dem Buch Offenbarung, Kapitel 13 sieht. Und was ich sah, war sehr störend. Weil es gab viel Not quer durch die Erde. Und dann kam dort eine Zeit, wenn jetzt der Herr das zweite Biest zu mir präsentierte. Und ich sprach sogar mit ihm. Und wo er mich stellte, ist dort, als es Märkte gab. Nun Märkte, wo Dinge verkauft wurden. Dort erfolgte Verkauf in den Märkten. Und nun die Märkte. Der Herr zeigt mir Märkte und das Verkaufen von Dingen, die Waren. Der Handel, den man sieht, der stattfindet. Auf dieser Erde gerade. Und dann, plötzlich, als jetzt das zweite Biest auftrat, dann alle Märkte, alle Märkte waren gestoppt. Und sie waren alle gebündelt und in ein besonderes Gebiet gebracht. In dieser mächtigen, mächtigen Unterhaltung die letzte Nacht passierte, die Gott der Vater, Jehova Elohim. Der Vater Gott. Jehova El Olam. Jehova El Shaddai. Jehova Eloheinu. Diese Unterhaltung, in die er mich brachte, bezüglich zu dem, was auf der Erde passieren wird. Nachdem all diese Dispensation der Gnade zu einem Ende kommt. Und nun, als all die Märkte gebündelt sind, bei dem Auftreten von dem zweiten Biest, dann sah ich jetzt, wie die Leute in Reihe standen. Ich sehe viele Leute, ich sehe viele Leute, die in der Reihe stehen, bevor sie in den Markt gehen können, um zu verkaufen. Aber was mich erstaunte, ist, dass jetzt dieses Biest, ich konnte die Weise sehen, wie er angezogen ist. Er trägt einen Hut. Er trägt eine offizielle Uniform. Ein offizielles Gewand. Aber mit einem Hut, wie der Polizeihut. Welches eine Krone hat. Königliches Herz. So etwas. Ist es, als wenn es der obere Teil wäre. Dann hat es den vorderen Teil, der beschattet, welches das Gesicht ein wenig bedeckt. Und ich konnte sehen, es ist leicht grün in der Farbe. Und der Teil, der zwischen, innen drin ist, von dem überdeckenden Teil. Und der obrige Teil von dem Herz. Welches typischerweise eure normale Polizei-Mütze. Polizei-Helm. Nicht die übliche Art von Hut. Aber die normale offizielle Polizei-Mütze. Nicht diese Art. Oder die königlichen Helme auch. Die die Könige tragen. Aber ich konnte sehen, dass der Bereich zwischen der Überdachung und der höhere Teil von dem Hut. Dieser Streifen, der zwischen den beiden läuft. Ist ein wenig gräulich, grünlich, leicht, grün. Ich sehe es sogar jetzt. Während ich mit euch spreche. Und dann der höhere Teil war ein wenig wie gelblich oder cremiges Grün. Ein leichteres, ein wenig leichteres. Und nun, als die Leute sich in Reihe stellten, um die Märkte zu betreten, präsentierte der Herr ihn dort. Und er überprüfte jede Person. und ihre Identitäten. Er überprüfte jede Person und ihre Identitäten. Und es erstaunte mich. Denn als er überprüfte, um zu erlauben, jede Person musste überprüft werden, bevor sie erlaubt sind, in den Markt einzutreten. Jede Person musste überprüft werden, bevor sie erlaubt sind, hinsichtlich ihrer Identität. Und was mich so sehr erstaunte, ist, dass die Identität am Telefon war. Nun, jede Person, die ankam zu ihm, er nahm das Telefon, er öffnete den Rücken des Telefons und am hinteren Teil von dem Telefon gab es einen Chip. Es gab einen Chip. Dieser Chip. Die SIM-Karte. Was ich sah, war wie die SIM-Karte des Telefons. Also holte er es heraus, er überprüfte, er bestätigte, dass dies die Person ist. Er drückte es zurück und schloss das hintere. Er gab ihnen das Telefon und sagte, ihr könnt jetzt gehen und kaufen und verkaufen. So ist es. Nun, es gab eine große Reihe. Er kontrollierte Handel. Er kontrollierte Gewerbe. Er kontrollierte das Kaufen und Einkaufen. Denn er bündelt alle Märkte zusammen und er bringt sie unter seiner Zuständigkeit. Also kontrollierte er am Tor, wer eintretet in den Markt, um zu verkaufen und zu kaufen. Und nun, die Leute konnten ihr Telefon bringen. Er dreht sie um. Er öffnet hinten. Ich dachte, er entfernt die Batterie. Aber als ich so nachprüfte, entfernte er einen kleinen Chip. Er überprüfte es. Und er bestätigte, dies ist die Person. Er drückte es zurück. Bedeckte es und gab es zur Seite. Du kannst vorangehen. Und dann einige von ihnen warnte er. Diejenigen, die sehr humanitär waren, versuchten, andere Leute zu helfen, die nicht den Markt betreten können. Ich sah, dass er diese warnte. Er warnte sie. Und dann, sehr viel Leiden fand statt. Ich sehe viel Leiden, das zu der Erde kommt. Und dann, danach. Ich sah jetzt die Händler. Auch die Händler. Die Händler. Ich sah auch die Händler. Und die Händler, die ich sah. Ich konnte sehen, dass ihr Handel nicht gut war. Denn ich konnte einen von ihnen sehen. Er trug einen weißen Mantel. Ich weiß nicht, ob er ein Fleischer oder ein Bäcker war. Aber er verkaufte Lebensmittel und Dinge. Und dann danach ging er dorthin und nahm. Er bezahlte. Und er bezahlte. Ich denke, dies waren fünf Scheiben Brot. mit einer kleinen Blue Band Margarine. Oder Butter an der Seite. Er bezahlte es. Er kam heraus. Und dann konnte ich ihn sehen. Er schluckte Spucke, während er damit ging und seinem Toast. Und er sagte, wenigstens habe ich dieses. Ich werde essen. Also gab es eine Situation, die fast so scheint wie ein Hunger. Eine Hungersnot passiert auch. Eine Hungersnot, ein Hunger. Eine Knappheit. Eine Knappheit passiert auch. Denn ich konnte sehen, dass dieser Verkäufer, sogar er, nachdem er ging und fünf Scheiben Brot sicherte, auf seinem kleinen Toaster, mit dieser wenigen, wenigen Butter. Und es ist Blue Band Margarine, was auch immer es war. Und man konnte sehen, er schluckte Spucke. Endlich habe ich etwas, was ich essen kann. Also wird es enorme Not geben, die zu der Erde kommt, auch zur selben Zeit. Knappheit. Schlechtigkeit. Erschöpfung der Ressourcen. Mangel. Hunger und Hungersnot. Diese letzte Nacht. Das ist die Art der Unterhaltung, die der Herr Jehova mit mir hatte. Diese letzte Nacht. Es ist unglaublich. Es ist schrecklich. Es ist sehr schockierend, dies zu sehen. Die Bibel sagt hier sehr klar, in dem Buch Offenbarung, Kapitel 13, ich lese von Vers 11. Er sagt, ein Tier aus der Erde. Und er sagt, dann sah ich das zweite Tier, welches aus der Erde kommt. Es hatte zwei Hörner wie ein Lamm. Aber es sprach wie ein Drache. Und es übte alle Macht des ersten Tieres ihm stellvertretend aus. und es brachte die Bewohner der Erde dazu, das erste Biest anzubeten, dessen tödliche Wunde geheilt war. Und er tat große Zeichen. Sogar das Feuer vom Himmel auf die Erde hinunterkam. In großer Sicht der Leute. Wegen der Zeichen wurde ihm Macht zum Ausführen gegeben. Stellvertretend für das erste Tier. Es betrug die Einwohner der Erde. Und es beauftragte sie, ein Bild des Tieres aufzustellen und zu würdigen, welches durch das Schwert verwundet wurde und trotzdem lebte. Vers 15 Offenbarung 13, er sagt, dem zweiten Tier wurde Kraft gegeben, Atem zu dem Bild von dem ersten Tier zu geben, sodass das Bild sprechen konnte. Und alle dazu brachte, die es ablehnten, das Bild anzubeten, dazu getötet zu werden. Vers 16 Es zwang auch alle Leute, groß und klein, reich und arm, freier und Knecht, ein Mahlzeichen zu erhalten, auf ihrer rechten Hand oder auf ihrer Stirn. Vers 17 Er sagt, sodass sie nicht kaufen konnten oder verkaufen, wenn sie nicht das Mahlzeichen hatten, welches der Name von dem Tier ist oder die Zahl seines Namens. Vers 18, er sagt, Dies ruft nach Weisheit. Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tieres. Denn es ist die Zahl eines Menschen. Die Nummer ist 6666. Nun, dies ist, was ich sah. Dies ist, mit dem der Herr mich verbunden hat, diese letzte Nacht. Eine enorme Unterhaltung, die das zweite Tier involviert. Ich weiß, dass in der ersten Unterhaltung der Herr ein Konflikt präsentiert hat. Er hat mich gesendet und stellte mich und dort war ein schwerer, brutaler Konflikt, der stattfand zwischen ihm, der mit euch spricht, und dem Tier. Und er verwundete das Tier tödlich. und das Tier kollapsierte. Und in 2007 veröffentlichte ich bereits diese Botschaft und gab sogar, saß mit grafischen Zeichnungen, grafischen Präsentatoren, und malte das erste Tier, wie es tot da lag. Es lag zusammengebrochen vor mir. Als der Herr zertrümmerte, mich dazu brachte, das Tier zu zertrümmern, und ich schlug ihn. Und er ist vor mir zusammengebrochen. Aber jetzt brachte er mich dazu, wieder eine Begegnung mit dem zweiten Tier zu haben. Und das zweite Biest sah ich, dass es überprüft. Er kontrolliert, er übt Autorität aus über das erste Tier. Und er öffnet die Fonds und checkt die Identität aller Menschen. Und er öffnet das Telefon und überprüft die Identität von allen Menschen, bevor sie kaufen oder einkaufen können. Kaufen oder einkaufen. Außer wenn sie das Mahlzeichen haben. Nun, diese Art von Unterhaltung kommt zu einer sehr, sehr wichtigen Zeit. zu einer sehr kritischen Zeit. Eine sehr, sehr verzwickte Zeit. Denn gerade zu dieser Zeit der Herr hat jetzt die Erfüllungen der Worte von ihm, der jetzt mit euch spricht, eskaliert. Die Worte seines Dieners, der mit euch spricht. Er hat beschleunigt. Es gibt eine prophetische Beschleunigung. Jeder auf der Erdoberfläche, der Atem hat, kann dies gerade sehen, dass es eine prophetische Beschleunigung gibt, die jetzt gerade passiert, während ich spreche. Die Prophezeiungen, die ich sprach. In 2005. 2004. 2004. 2007. Sie sind jetzt erfüllt. Jetzt. Zur gleichen Zeit. Also jeder auf der Erdoberfläche kann jetzt sagen, dass es eine enorme prophetische Beschleunigung gibt. Und es ist verblüffend, wie es schockierend ist und verwirrend. Aber jeder in ihren Seelen, die, die wiedergeboren sind, sie können sagen, dass die Erde an der Schwelle sitzt. Einer großen, großen, großen historischen Heimsuchung. Das Wegnehmen der Gemeinde. Diese Unterhaltung kommt jetzt im Angesicht von dieser Art von beschleunigten, prophetischen Erfüllung. Prophetische Beschleunigung. Die Prophezeiungen, die ich gab, die Prophezeiungen, die ich dem Team gab, dem Team in ICM, in der Radiostation. Das Team in Nairobi. Sie gehen jetzt durch die Archive. Sie finden jetzt alle Prophezeiungen, die ich gab. Die gewaltigen Prophezeiungen, die ich gab. Und es ist so schockierend, die Genauigkeit, das Detail zu finden, welches ich dann in 2005 sprach. 2004. 2006 durchweg. Und die erstaunliche Erfüllung zu dieser Stunde. Und alle sind erfüllt zur gleichen Zeit. Die Hochwasser, die nach Florida kommen. Die Hochwasser, die zu dem Golf von Mexiko kommen. Zu Houston, Texas. Die Erdbeben, die nach Mexiko kommen. Das Urteil der Hochwasser in der Karibik. Die Kollision der Neutronensterne über der Erde. Hier. Und ich sagte, Trümmer. Es wird Trümmer geben. Und ja. Gestern, als es entdeckt wurde, gab es Nachrichtenkonferenzen quer durch den ganzen Globus. Und es gab Trümmer. Und ich sagte in der Prophezeiung, Einer der Prophezeiungen, die das Team diesen Morgen in Nairobi, die aufgenommen war, entdeckte. Im Hauptbüro hier. Enorm. Schockierend. Eine weitere aufgezeichnet in Deutschland, Berlin. Eine weitere aufgezeichnet auf der Igaton Universität, während der öffentlichen Vorlesung. Einige im Radio gegeben. Live im Radio als Prophezeiungen. Ihr seht sogar in den Videoaufnahmen. Ihr seht, dass ich sehr unterschiedlich aussah von dem, was ich jetzt bin. Tremendlich schockierende Zeit. In der Geschichte der Gemeinde. Diese Unterhaltung. Darüber hinaus von der Entrückung der Gemeinde. Darüber hinaus von dem Wegnehmen der Gemeinde. Passiert zu einer Zeit. Wenn es eine prophetische Beschleunigung gibt. Von den Wundern im Himmel. Es ist erstaunlich, dass der Herr ihn, der mit euch spricht, gebraucht. Jetzt gebraucht er seinen Diener, um die Himmel zu erschüttern. Es ist eine erstaunliche Zeit. Es ist eine schockierende Zeit auf der Erde. Und in den Himmeln über der Erde. In dem tiefen Weltall. Am 7. Oktober 2007. Am 7. Oktober 2007. Direkt hier aufgenommen in Nairobi. Ich selbst habe es diesen Morgen wieder angeschaut. Und es ist so schockierend, erstaunlich, verblüffend. Es ist atemberaubend. Die Genauigkeit. Die Details, über was die Wissenschaftler beschreiben. Als es im tiefen Weltraum passierte. Die Tiefe von dem tiefen Weltraum. Dass der Herr jetzt seinen mächtigsten Propheten gebraucht. Die Himmel zu erschüttern. Und wenn sie es in den Nachrichtenmedien hier berichten. Sie sagen. Es erschütterte das Universum. Und das Wackeln. Das Wackeln des Weltraums. Der Weltraum wackelte. Als die elektromagnetischen Wellen. Und die gravitativen Kräfte. Durch den Weltraum welten. Die Wunder, von denen Joel spricht. Die Wunder, die ihr seht, die ich in dem Buch Lukas las. Quer durch den Globus, diesen letzten Sonntag. Die Wunder, die ich gelesen habe. In der Karibik, in den karibischen Städten. Das Toben der Meere. Und oben in den Himmeln hier. Das Erschüttern der Himmel. Es ist erstaunlich zu lesen, wie die Wissenschaftler gestern in ihren Presse treffen. Die Atomwissenschaftler, die Astrophysiker, die Astronomen. Alle von ihnen in Presse treffen. Quer durch die Welt. Alle Nachrichtenmedien. Aktuelle Nachrichten. Und sie sagten, die Kollision verursachte eine Welligkeit. In der Konstellation und der Infrastruktur vom Weltraum. Wenn die Bibel sagt, das Erschüttern des Weltraums. Das Erschüttern der Himmel über der Erde. Das Tosen der Meere. Wie? Wie mächtig diese Stunde. Dass er ihn gebrauchen konnte. Er, der mit euch jetzt spricht. Er konnte den Diener gebrauchen, der jetzt mit euch spricht. Er konnte seinen mächtigsten Propheten gebrauchen. Die Himmel zu erschüttern, den tiefen Weltraum und Wellen verursacht. Was für eine großartige Zeit auf der Erde. Wiedergeboren zu sein. Am Leben zu sein. Sogar diese Stunde auf der Erde zu bezeugen. Und dann kommt er jetzt. Gestern in der Nacht. Und er spricht darüber. Die Gemeinde ist genommen. Und die große Tribulation fängt an. Und er präsentiert jetzt das zweite Tier. Ich denke, die Botschaft ist sehr eindeutig für jeden. Bereitet den Weg vor. Seid heilig. Bereitet. Receipt Jesus. Der Messias kommt. Tut Buße. Empfängt Jesus. Der Messias kommt. Es gibt keine Frage gerade jetzt, dass der Messias kommt. Es gibt keine Frage gerade jetzt, dass der Messias kommt. Schaut auf die Weise, wie der Herr alle falschen Propheten runtergemacht hat. Alle falschen Apostel. Oder andere Dienste. Oder andere Dienste. Brachte sie nach unten und erhöhte seine Stimme. Wörtlich ignorierte sie alle. Und erhöhte seine Stimme, um die Nationen vorzubereiten. Für das glorreiche Kommen des Königs der Herrlichkeit, der Messias. Wer kann jetzt nicht sehen? Wer ist es, der sich jetzt zu dieser Stunde anlügen lässt? Jeder weiß jetzt, dass der Messias kommt. Dass jeder Buße tun muss. Und gerecht ist. Und heilig ist und zu der Stimme des Herrn hört. Wie ein Vorbote. Der vorangeht. So ist diese Stimme jetzt. Und wenn du den Vorboten folgst, wirst du bei dem Messias ankommen. Mögen diejenigen, die Ohren haben, sich vorbereiten. Die Gemeinde, die ich ihn sehe, die er nimmt, ist eine sehr heilige Gemeinde. Schalom, Schalom, Tobler, Tudah, Rabah, Tudah nachhem. Schalom, Hamerim. Tudah, Tudah. Tudah, 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 Tudah. Tudah, Tudah, Tudah.